Es ist jetzt 10 nach 8, ich bin BVB-Fan und mal wieder absolut enttäuscht von der peinlichen und blamablen Vorstellung von Borussia Dortmund gegen Bayern München. Jetzt werden die Fachleute unter euch sagen, Mensch, das Spiel ist doch noch gar nicht zu Ende, wie kannst du nur. Ja, es steht Stand jetzt 3 zu 0 und selbst wenn sie noch den Anschlusstreffer irgendwie schaffen, sei es drum, ist mir jetzt persönlich relativ Wumpe. Mir hat das mal wieder mit Ansage nicht gefallen. Ich hatte grundsätzlich eigentlich, und das ist nicht oft gegen Bayern, eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Saarbrücken hat das im Pokal sehr, sehr gut gemacht, als Drittligist dort gegen Bayern gut mitgehalten und gezeigt, wenn man seine eigenen Chancen nutzt und vernünftig verteidigt, ist es schwer gegen Bayern keine Torchancen zuzulassen und das ist auch vollkommen normal, dass man ein paar Torschüsse abbekommt, aber so schlecht zu verteidigen, wie das der BVB jedes Mal eigentlich macht in den letzten Jahren gegen Bayern, also gegen München. In München braucht man ja schon gar nicht sich anschauen eigentlich, aber zumindest die Heimspiele dachte ich, okay, da hat man jetzt eine riesige Chance. Nicht eine großartige Torchance zu haben, bis auf Reuster, dieser eine Ball, okay, und Mahlen hatte in der ersten Halbzeit nochmal eine ganz gute Chance, okay, ja, aber es ist am Ende, wo ich sage, also wenn man nach neun Minuten im Prinzip den Fernseher ausschalten kann, wenn man weiß, okay, man hat das im Prinzip verloren und man traut der Mannschaft auch nicht mehr zu, zurückzukommen, dann ist das ein Armutszeugnis. Ich weiß nicht, was Schlotterbeck da mit Uba Mikano besprochen hat, vielleicht haben die sich zum Kaffee verabredet, aber tut mir leid, das ist peinlich, das ist nicht profitauglich und absolut schlecht verteidigt und so steht es 1 zu 0, vollkommen unnötig. Wenn man das wegverteidigt normal, dann steht es zumindest 0 zu 0 und selbst wenn das 1 zu 0 kommt, dann hat man immer noch die Chance beim 1 zu 0 Stand eher zurückzukommen, als wenn es dann 2 zu 0 zur Halbzeit schon steht. Gut, das ist ja jetzt nichts Neues, dass wir gegen Bayern München regelmäßig relativ früh zurücklegen, auch meistens schon mit zwei oder drei Toren, aber dass das jetzt beim Heimspiel so schlecht ist, dass wir überhaupt keinen Zugriff im Mittelfeld haben, dass wir unfassbar schlecht verteidigen, auch beim 2 zu 0, Hummels keinerlei Chance hat, da überhaupt an den Ball zu kommen und ohne Gegenwehr, ohne irgendwie mal den Körper einzusetzen, die Spieler da vorbeilaufen können, der hätte ja sogar auch das V-Spiel vor dem Strafraum ziehen können, das wird ja auch nicht gemacht, das wird ja auch nicht clever verteidigt in dem Sinne, dass man vielleicht mal ein V-Spiel spielt, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht mal gut, einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass die da nicht hier alles sich erlauben können, aber die ersten 10, 15 Minuten war Dortmund gefühlt gar nicht am Ball. Und das ist mir persönlich zu wenig als BVB-Fan, ich bin seit 1994 Borussia Dortmund-Fan, ich habe auch schon einige tolle Siege von Dortmund, wie das Pokalfinale 2012 oder auch einige andere Spiele danach miterlebt, wo wir wirklich gut zurückgekommen sind oder wo wir dann auch verdient gewonnen haben. Es gab ja durchaus mal so zwei, drei Spiele, die mal ganz gut waren, aber in der Regel spielen wir gegen Bayern München unfassbar schlecht. Entweder ist auch Bayern gegen uns nochmal extra motiviert und zeigt dann nochmal, dass die da gar nicht so verkehrt sind oder das Spielsystem bei mitspielenden Teams liegt denen einfach mehr. Dann muss man halt einfach schlechter spielen und nicht mitspielen und einfach sich ein bisschen zurückziehen. Also Union 2021 bis 2022 durchziehen oder meinetwegen bis zur letzten Saison, wo sie ja noch wirklich gut waren. Jetzt gerade kein gutes Beispiel, ich weiß, aber so im letzten Jahr waren hier wirklich das Maß aller Dinge, auch mal so Spiele 1-0 weg zu verteidigen und das haben wir gerade, finde ich, ganz gut gemacht. Ob das jetzt in der Bundesliga, in der Champions League oder auch im Pokal war, dass wir gegen Mannschaften das einfach auch gut gemacht haben, die auch nicht schlecht waren, wie Hoffenheim und Newcastle. Und deswegen dachte ich, okay, wenn Bayern jetzt gegen Saarbrücken strauchelt und angeblich so verletzungsgeschwächt ist, wo ich auch sage, okay, wir sind trotzdem noch ein krasser Kader bei denen und die erste Elf, da kann Dortmund einfach nicht mithalten. Alleine im Sturm, da muss man auch nochmal drüber sprechen. Da kommen wir ein bisschen später zu. Also da habe ich einiges nicht verstanden schon bei der Aufstellung. Aber bevor wir dazu kommen, ja, also wenn man überlegt, wie diese ersten 20, 30 Minuten waren. Ich war ja froh, dass es zur 30. Minute nicht schon 3-0 oder 4-0 stand. Es war einfach ein Debakel. Kurz vor Schluss der ersten Halbzeit die erste richtige Chance für Dortmund, was auch eher zufällig zustande kam. Bayern fand ich jetzt eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so krass. In den letzten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, also gerade auch Neuer, hat man so ein paar Bälle so verteilt und die Pässe und die Abwürfe und Co., die kamen nicht so gut. Wenn man da gut reagiert, dann kann man auch mal einen Konter fahren bzw. den Ball abnehmen und dann hatten wir gute Situationen, wo wir eigentlich auch mal aufs Tor hätten schießen können oder einen guten Pass oder vielleicht mit einem Top-Stürmer vorne, der uns fehlt momentan. Ja, hätten wir da vielleicht auch was zahlen können. Ja, Pustekuchen, das ist alles ziemlich, ziemlich blöd gelaufen. Und Füllkrug verstehe ich auch nicht, warum man Füllkrug spielen lässt. Klar will der zur Heim-EM, aber wenn er nicht die Leistung zeigt, dann können wir jetzt nicht einen Füllkrug die ganze Zeit spielen lassen. Ein Haller ist natürlich eine Nummer besser als ein Füllkrug, wenn er in Form ist. Der war natürlich die letzten Monate nicht in Form. Ja, was bleibt uns denn anderes übrig, als Moukou spielen zu lassen? Und Moukou war jetzt gut im Pokal, warum spielt der nicht? Ja, und das ist wieder so zum Kotzen, dass immer wieder dieselben Leute da spielen und wir eigentlich immer wieder die gleichen Probleme haben. Füllkrug hat, glaube ich, in der 35. Minute meinte, Wolf, der Kommentator bei Sky, der hat zehn Ballkontakte und die auch nicht, sondern nicht doll. Also er hat eine Teilnehmerurkunde ihm quasi gegeben und das hat es auch getroffen. Also Füllkrug ist mir sympathisch, aber wenn er die Leistung nicht bringt, sorry, dann können wir ihn da nicht durchschleppen. Wir brauchen einen Top-Stürmer und der Einzige, der so ein bisschen noch Top-Stürmer momentan auch sich sehen lassen könnte, wäre Moukou. Und warum lässt man einen 18-Jährigen nicht mal spielen gegen Bayern München? Das wäre definitiv nicht schlechter gelaufen als mit einem Füllkrug vorne. Ja, das kann man jetzt nach dem Spiel auch mal so sagen. Und es wurde viel zu spät reagiert, mal wieder von Terzic. Er guckt sich das dann immer recht lange an, denn stets 2-0, fast 3-0 und er wird anscheinend da irgendwie anscheinend keinen Zugriff drauf gehabt haben. Aber man kann ja dann doch irgendwie erwarten von einem Trainer, dass man dann vielleicht mal beim 1-0 und 2-0 dann spätestens die Notbremse zieht und vielleicht auch mal jemanden austauscht oder vielleicht auch mal überlegt, okay, umzustellen. Das kann von außen vielleicht auch versucht worden sein. Mir war es jetzt nicht im Spiel ersichtlich, dass wir da irgendwie Kontrolle über den Ball hatten. Die zweite Halbzeit war ein Ticken besser, aber sorry, das kann jetzt nicht der Anspruch sein, dass man in einem Heimspiel gegen Bayern München, die etwas angeschlagen waren, die so verletzungsgebeutet waren, angeblich, trotzdem noch einen viel besseren Kader haben als Dortmund. Trotzdem muss man sagen, Saarbrücken hat es vorgemacht, man kann gegen Bayern München, wenn man die eigenen Chancen nutzt und sich überhaupt mal welche rausspielt, auch Tore schießen, auch wenn man wenige Chancen hat. Und man kann auch wesentlich besser verteidigen. Und Saarbrücken als Drittligateam hat besser verteidigt gegen Bayern München als Dortmund. Und klar spielt ein Harry Kane natürlich auch eine gute Rolle bei Bayern. Wenn der den Ball bekommt, dann ist er drin. Die haben einen Top-Stürmer geholt, aber die haben auch was riskiert in der Sommerpause. Die haben das Geld, was sie haben, in die Hand genommen. Und Dortmund hat die Bellingham-Millionen, die man verschenkt hat, im Nachhinein wurden wir da ziemlich gescannt von Real Madrid nicht gut reinvestiert. Ob das jetzt ein Matcher, ein Sabitzer und Co. waren, das waren alles Transfers mit Ansage, wo wir alle, die ein bisschen Ahnung haben vom Fußball, gesagt haben, ist jetzt eher im unteren Regal so suchend. Also die großen Nummern wurden dann von anderen Mannschaften gekauft und es wäre ja auch relativ günstig ein Top-Stürmer da gewesen, den man hätte kaufen können. Leverkusen hat es ganz gut gemacht, auch mit Grimaldo und generell. Das waren auch alle Spieler, die in der Verlosung bei Dortmund waren. Man hat sich dann dagegen entschieden. Und man sieht jetzt, dass das halt sehr bitter läuft. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich verstehe nicht, warum Moukoko nicht spielt. Ich verstehe generell nicht, warum nicht mal ein bisschen mutiger auch in der Offensive geguckt wird. Da kann man vielleicht auch mal einen Spieler bringen von den jungen, wilden Wien, Gittens und Co., die dann vielleicht auch mal nach einem passablen Spiel vielleicht dann doch noch mal die Chance bekommen, sich auch mal in die erste Elf reinzuspielen. Es wird immer wieder mit Reus und Mahlen begonnen, die in Ordnung waren, möchte ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber jetzt heute natürlich auch wieder sehr schlecht. Ich weiß auch nicht. Es ist sehr, sehr bitter. Mich ärgert das sehr und frustriert das Ganze. Das soll es dann aber auch für heute schon gewesen sein. Was soll man jetzt großartig zu sagen? Ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl, habe aber auch nicht viel erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Wer die Melke mittendrin Folge kennt, weiß, welche Szene ich damit meine. Wo Dewey beim Geburtstag quasi einen total bekloppten Geburtstag hat und dann da einfach nur noch sitzt und sagt, ja, ich habe nicht viel erwartet, aber bin trotzdem enttäuscht. Und das hat schon wieder irgendwie auf den Punkt gebracht. Man kann nur noch drüber lachen und das ist halt schade, weil für die Bundesliga ist es schlecht. Selbst wenn jetzt Leverkusen mal Meister werden würde, okay, alles schick, aber es ist einfach das Klassiko. Dortmund hat acht Meisterschaften, Bayern, wie viele haben die jetzt? 30? Das ist einfach, die Bundesliga ist ungesund gewachsen und das wird sich auch nicht ändern, wenn ich diese 51-Plus-Regel, die eigentlich gut ist, weil es ja den Fußball noch so ein bisschen gerechter hält, solange das so gehalten wird, sehe ich da auch keine Sonne mehr. Also muss ich ganz ehrlich sagen, selbst in Saisons, wo es eigentlich ein offenes Serviertablett überliefert wurde von Bayern, ist Dortmund ja auch wie letztes Jahr zu blöd. Oder auch 2018 hätten wir es auch holen müssen. Na gut, so ist das. Sei es drum, ich werde trotzdem weiterhin Fan bleiben. Ich bin Fan vom Verein, aber von der Mannschaft, muss ich sagen, bin ich mal wieder sehr enttäuscht. Das soll es für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.